Da gibt es einen Trompeter, der über zwei Jahre lang bei Max Greger im Orchester war, der aber als Solist so umwerfend ist, dass er gesagt hat, ich bin Österreicher, ich mache in Österreich ein Ensemble, mache hier Musik. Es gibt eine Reihe Platten von ihm, Bühne frei für Tony Mayer. Musik 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 Tony Mayer Das war vielleicht insofern eine Novität, als wir damit erstmals einen Instrumentalsolisten in der Sendung vorgestellt haben. Das sind so Melodien, die man kennt aus dem Hörfunk und man weiß dann nie, wer da eigentlich dahinter steckt, als Musiker. Ihnen an allen hier im Studio, hier im Fernsehtheater, Ihnen sage ich ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen. Bleiben Sie aber noch ein bisschen sitzen und Ihnen zu Hause sage ich ein Dankeschön fürs Zusehen. Es war wieder mal was anderes, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich kann nur sagen, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Spotlight. Musik 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 Musik